So, Hallöchen meine lieben Freunde, ich gehe mal kurz weg von der Siegemühle. Ich habe gerade Kreuz eingepackt und eben nur geschlafen. Wir sind ja von unserer Höhlen-Tour zurückgekommen und leider ist bei der letzten Tour die Spitzhacke kaputt gegangen. Das heißt, wir müssen mal schauen, ob wir jetzt noch genug Erz haben zum Einschmelzen. Ich hatte die Erze jetzt gerade alles schon hier reingepackt. Gold haben wir, Uranium haben wir und wir hätten auch noch Silber im Angebot. Da würde ich aber nicht alles einschmelzen, sondern nur ein bisschen. Oh ja, diese Geräusche, es tut mir leid, die nerven wirklich. Ich will ja auch mal gucken, ob man mit dem Verkauf von Werkzeugen gut Geld verdienen kann, oder nicht. Sieht cool aus mit dem Feuer, oder? Oh ja, ich quäle euch ein bisschen, es tut mir leid. Ich würde den Ton ja spontan ausmachen, aber es geht nicht. Einen Moment, ich habe euch das Silber geschmolzen. Lalalalalalalalalala, schnell, schneller. Der Wettbewerb kommt auf dich an. So. Hier sind mal diese frechen Stimmen aus dem Hintergrund. Aha. 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 So. Okay, das hätten wir jetzt. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wir wollen dann noch eine neue Gießkanne. Meine Silverhoe. Oh ja, die werde ich auch ergänzen. Die kann wieder weg, das kann weg. Das nehm ich mal mit. Okay. Ja, das Werkzeug nachzubauen ist ganz wichtig. Dann machen wir ihr Silber hoch. Und wir machen eine Gießkanne aus Gold. So, und jetzt brauche ich noch eine Spitzhacke. Auch aus Gold. Sehr schön. Es hat geklappt, so wie es sollte. Wir haben noch was übrig. Silberbahnen, aber da muss ich eine Spitzhacke machen, lohnt halt nicht so richtig. Wir können aus Silber noch eine Gießkanne machen, weil die auch schon fast kaputt ist. Warte mal. Und komm, lass uns mal noch eine Gießkanne machen. So, dann können wir Eisen nämlich als Ersatz hier einfach mal wegpacken. Eisen ist uns nicht mehr gut genug. Wir brauchen so ein Kram nicht. Wir brauchen den geilen, richtig geilen Kram. Hier haben wir keinen Platz. So, dann machen wir uns halt Platz. Ja, ich hätte es auch hier reinpacken können, aber wir haben ja schon so viel zurück. Okay. Seed. Hier werdet jetzt alle noch Sosids umgewandelt. Thymian. Mal gucken, was wir aus Thymian rauskriegen. Uh, das geile Zeug, guck mal. Das war doch das, was 20 wert war. Ah, im Verkauf wollt ihr 30 dafür. So ein Beschiss. Ich krieg 20 dafür und der Verkäufer kriegt wesentlich mehr. Diese Person, die das sieht, ist gerade nicht amused. Die sind echt fies. Echt? Dann deue ich es nicht mehr an. Also nur so ein bisschen. Oh Mann, ich dachte gerade, ich habe voll den Jackpot geknackt. Ah, ganz vergessen. Manchmal sechs. Die verkaufe ich. Die ganzen Fische brauche ich ja auch nicht. Wenn das Museum die nicht will, was soll ich damit? Dass ich da mal ein Rezept habe, das dauert ja ewig. Wie gemein. Oh Mann, mein Kirschbaum ist schön rot. Seht ihr den? Der ist bestimmt fertig. Habe ich heute schon im Fernsehen geguckt? Ja, habe ich wohl. Okay. Da wart ihr wohl nicht dabei, aber... Ein Fruitpicker. Ich habe mich auch schon einmal verkocht, ja. Bin nicht so stolz drauf, aber so ist es halt. So, Thymian, ja, schön und gut. Ich werde da jetzt aber nichts weiter draus machen. Wir haben ja genug Gewürze hier. Die kann ich auch verkochen. Die mache ich noch mal Suicides. Ach so, warte mal. Der Quip. Die sind noch nicht fertig. Die hier auch noch nicht. Die wachsen also noch. Aber meine Kirschen sind fertig. Oh, cool. Schön, oder? Guckt euch an, wie viel das sind. 36, 38, 37. Das ist ein guter Durchschnitt. Was haben wir hier noch? Pistazien. Ja, die brauche ich eigentlich auch nicht weiter. Limon. Die verkaufe ich dann einfach direkt. Wenn ich sie doch mal brauche, gebe ich sie auf. Aber im Moment... Im Moment ist es ein bisschen nützlos. Oh, hier ist auch noch so viel. Warte mal. Oh, ne Quip. So. Ich verkaufe die alle. Aus Kirschen können wir noch schönes Eis machen. Die verkaufe ich nicht. Aber die hier. Die Blume da fängt. Die Fische. Aus der Flunder können wir noch... Können wir noch was machen. Und hier mache ich mal Seeds draus. Okay. Die können wir auch eigentlich verkaufen. Die Muschel brauchen wir nicht. Also aus der Flunder kann man genau diese gleichen Fischfilets machen. Das wollte ich damit sagen. Deswegen verkaufe ich die jetzt noch nicht. Wow. Schaut euch diese fette Ernte an. So. Dadurch, dass die letzten Folgen so mega lang geworden sind, würde ich diese gerne ein bisschen kürzer machen. Das ist einfach für die Hochladezeiten ein bisschen besser. Deswegen verzeiht mir, dass ich jetzt mitten in der Ernte mal die Aufnahme abbreche. Und euch schon mal Tschüss sage. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge sehr gern wieder. Eure Biennado. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.